und damit willkommen zum vorerst letzten deck preview da können wir noch mal ein bisschen sehen was wir heute noch schon alles so gemacht haben ein eis deck ein gobbels deck ein krieger des lichts deck ein lightning deck und ein ninja deck und wir kommen zu dem letzten deck und ich muss im vorhinein schon mal sagen wir haben wieder genug proxys drin und wir haben eine karte aus Versehen viermal drin was ich persönlich sehr gut finde dass ich das herausgefunden habe und ich wüsste auch schon im endeffekt was ich dafür austauschen werde deswegen ist immer ganz praktisch euer deck einfach mal zu sortieren auch wenn es natürlich danach ein bisschen problematisch ist aber manchmal ist es einfach praktisch weil man doch einfach übersehen hat dass da vielleicht eine karte zu viel drin ist so und wir sehen schon es handelt sich in diesem fall um ein deck welches kane beinhaltet denn letzten endes ist dieses deck ziemlich final fantasy 4 basierend und größtenteils eigentlich dragonen basierend ja das soll ein dragonen deck sein letzten endes deswegen natürlich dreimal dieser schöne neue kane den ich sehr cool finde von der ganzen aufmachung her solange man rosa kontrolliert erhält kane 2000 stärke hast und erschlag das heißt er kommt auf 8000 mit erschlag und jede karten name dragoon und job dragoon bekommen 2000 stärke dazu solange sie nicht kane sind ziemlich gut so ziemlich das zentrum stück dieses decks weil es eben alles stärkt da aber auch dieser kane natürlich nur seine wahre stärke entfalten kann wie man gelesen hat wenn rosa auf dem feld ist spielt man natürlich auch rosa dreimal rosa hat zudem noch einen ziemlich coolen effekt jedes mal wenn ein stürmer den man selbst kontrolliert von beschwörung des gegners ausgewählt werden können wir eine karte ziehen außerdem alle stürmer die man selber kontrolliert erhalten in diesem zu keinen schaden der geringer ist als ihre eigene stärke das heißt sie hat einen effekt der ähnlich wie minvu ist allerdings muss man dafür ihre kosten bezahlen das heißt sie ist etwas schlechter als minvu aber dieser effekt vorne dran mit den beschwörung ist ziemlich gut okay gegner aktiviert bahamut okay ich darf eine karte ziehen immerhin noch okay der aktiviert brünnhilder ich darf eine karte ziehen gegner aktiviert levertan ich darf eine karte ziehen man kann mit ihr wenn man sich relativ früh auf dem spiel hat einfach schon mal ganz gut plus machen sie ist nun unterstützer trotzdem weil es eben die kombu ist habe ich sie jetzt hier mal zuerst gezeigt also nicht wundern dass hier oben jetzt unterstützer und stürmer stehen weil sonst hat es ja größtenteils so gehandhabt dass stürmer oben dann die unterstützer dann die beschwörung sind aber weil es einfach dieser komboteil ist habe ich den eben drin dann eine weitere karte der legendary sessel ihn hätte ich liebend gerne noch öfter ich habe aber bisher meine hände nicht an ihm bekommen beziehungsweise noch nicht unter den preisen die ich gern hätte wenn möglich muss sessel blocken problematisch das heißt wenn gegner angreift okay ich muss erst mal eine tessel blocken er leitet keinen schaden durch beschwörung oder fähigkeiten das ist ziemlich gut das heißt er ist immun gegen bahamut und alle anderen stürmer halten 1000 stärke und erhalten auch keinen schaden durch beschwörung oder fähigkeiten ziemlich gut weil so weit man ihn auf dem feld hat ja okay deine ganz fähigkeiten sind mir fast egal außer natürlich sachen wie odin oder eben der gilgamesch aus dem opus 1 set der kommen also der strongest ortex kalibur gilgamesch ja den würde ich gerne öfter haben aber bisher nur dreimal kommen wir zu einer weiteren kombo ihr seht ja schon wir spielen hier blitzwasser deswegen bietet sich eigentlich diese kombo direkt an drace eine karte die an sich nicht so gut ist allerdings hat sie den effekt solange man laser kontrolliert reduzieren sich die koste von drace auch um zwei könnte ich auf null fallen okay aber man kann halt drace mit einem kosten spielen und erhält 2000 erschlag das heißt drace hat 8000 erschlag solange man laser kontrolliert und da kommt auch die karte die ich irgendwie warum auch immer jetzt viermal im deck habe nämlich laser natürlich der eine laser wird rausgeworfen dreimal laser spielen wir auch er hatten im endeffekt er hat selber den effekt von minwoo solange er auf dem feld ist er leiden stürmer die man kontrolliert kein schaden deck geringer als ihre eigene stärke ist und man kann einen blockenden stürmer um 2000 stärke erhöhen ziemlich cool defensiv und auch wie gesagt in kombination mit race einfach ziemlich gut zumal er schützt halt wieder andere charaktere allgemein dieses deck kann sich sehr gut selber schützen wenn es denn mal irgendwann läuft vorausgesetzt der laser im endeffekt fliegt dann einfach raus für einen minwoo das werde ich dann demnächst nachher gleich machen dass ich die karte einfach mal rausnehmen und schon mal umdrehe damit ich das dann wenn ich die duelle aufnehme ist dann nicht verpasse weil ich habe gerade hier wo ich jetzt bin ich bin gerade bei meinem elternhaus und nicht bei mir zu hause in dachau während ich das hier aufnehme deswegen habe ich gerade meine ganzen restkarten nicht dabei ich habe nur meine decks dabei um eben diese videos aufzunehmen und eben ein bisschen rum zu testen und so weiter und so fort so er zählt also als zweiter minwoo dann später ähm weil ich eben noch keinen zweiten sessel habe sonst hätte ich gesagt okay noch einen sessel aber habe ich nicht so weiter geht's im programm wir spielen dreimal kane den großen mit dem xburst ähm ja letzten endes er ist auch ein dragoon aber eigentlich hat er halt vor allem den xburst und er hat eben auch den effekt dass man einen gegnerischen stürmer wählen kann und ihn brechen kann das ist ziemlich gut ähm man kann ihn zwar nicht aktivieren die nächste active phase aber okay er ist leider auch ein bisschen teuer deswegen nicht ganz so mega toll aber dadurch dass man jetzt eben andere canes hat kann man den effekt besser nutzen deswegen ist er eben auch da ähm tatsächlich bisher nicht drinnen der andere neue cane der mit den drei kosten und hast ähm allerdings bin ich da am überlegen ihn reinzuwerfen vielleicht für einen oder zwei von denen oder eben vielleicht auch für einen vierten laser da bin ich mir noch nicht ganz sicher aber der cane mit den drei kosten er ist einfach tatsächlich besser als ich ursprünglich als ich dieses deck gemacht habe gedacht habe und ja ich will halt eigentlich in diesem deck eh diesen cane auf dem feld haben deswegen habe ich gesagt okay ich brauche den anderen cane jetzt eigentlich eh nicht unbedingt aber manchmal ist er doch einfach sehr praktisch so kommen wir jetzt aber zu dem harten kern dieses decks und zwar was cane so stark macht letzten endes und zwar wir haben dreimal richard richard ist einfach ähm ja viel kosten dragoon 8000 stärke hat man ja damals schon gedacht okay ist eigentlich eine ganz coole karte man kann halt den effekt nutzen einen blitz bezahlen richard auf die breakzone legen und ein stürmer kann nicht gebrochen werden in diesem zug sehr gut mit cesser kombinierbar sehr gut mit cane kombinierbar sehr gut mit laser kombinierbar und ja er ist auch ein dragoon er bekommt 2000 stärke dazu das ist der stärkste dragoon den wir haben er kommt auf 10.000 stärke und hat sogar noch einen effekt mit dem er einen anderen stürmer falls er doch sterben würde beschützen könnte was will man mehr dann haben wir dreimal diesen dragoon 5000 stärke kommt auf 7000 hat hast für 3 kosten und 7000 hast er nicht schlecht nimmt man gerne dann haben wir dreimal den anderen dragoon aus opus 1 ähm warum ich eben den lieber habe als den anderen hast ist in manchen situationen ziemlich gut ähm aber tatsächlich erschlag ist halt einfach in meinen augen noch besser man hat 2000 stärke mehr das heißt man hat 8000 und erschlag für 3 kosten das ist ziemlich gut und ist halt eben nicht nur offensiv sondern auch defensiv ziemlich gut während dieser hast effekt eher selten was mitten im spiel bringt es sei denn man will halt gerade für das spiel pushen aber ja dieser erschlag effekt ist einfach ziemlich gut und genau da kommen wir auch zum nächsten entschuldige kurz dann musste ich kurz niesen ähm wir haben dreimal den kleinen dragoon der unterschied im endeffekt zwischen dem und diesem dragoon ist er hat nur 5000 stärke kostet aber auch dementsprechend weniger ähm man kann ihn halt relativ easy ausspielen ein bisschen besser als die zum beispiel gleich am anfang kann man ihn ausspielen kriegt dann die 2000 punkte bonus hat dann 7000 und man kann eben jederzeit für relativ billige kosten ihm auch den erschlag geben was ihn ein bisschen unberechenbarer macht als eben den anderen dragoon der eben mehr kostet aber letzten endes sind die beiden eben ziemlich gut und in meinen augen einfach besser als dieser hier in diesem deck dann spielen wir zusätzlich noch dreimal die rosa ähm letzten endes sie selber will man eigentlich selten spielen ab und an okay wenn man gerade sessel draußen hat kann man sie auch mal spielen oder wenn man halt die andere rosa noch nicht hat letzten endes spielt man sie aber eigentlich nur um den effekt von der rosa zu nutzen aber auch da bin ich momentan an überlegen sie vielleicht zu droppen ähm für den min wu für den kane weil min wu einfach selber den effekt hat von rosa man hat den effekt von laser der den effekt von äh min wu hat man braucht nicht unbedingt rosas spezial effekt man will diese rosa einfach nur auf dem feld haben damit man karten ziehen kann und alles andere ist eigentlich dann min wu und laser überlassen dann spielen wir zweimal lulu blitzstürmer bekommt 1000 meine ganzen dragoons sind blitzstürmer das heißt er kommt auf 11.000 er kommt auf 9.000 er kommt auf 8.000 er kommt auf 9.000 also lulu ist ziemlich selbsterklärend solche karten die 1000 punkte dazugeben sind einfach gut dann haben wir dreimal den schwarzen magier auch da bin ich inzwischen am überlegen ich bin ein ziemlicher fan von dem schwarzen magier aber ich bin inzwischen vor allem durch mein äh feuer blitz deck da habe ich ja schon öfters erklärt was das problem war dass ich dann zu viele unterstütze habe die ich nicht selber wegbrechen konnte und ich dann einfach nichts mehr spielen konnte und auch hier in diesem deck ist das wieder der fall und deswegen bin ich am überlegen einen dieser schwarzen magier mindestens raus zu nehmen für irgendwas anderes was mir vielleicht mehr hilft dann haben wir zweimal kramis denn kramis kann mir ähm kategorie 12 stürmer suchen und auf die hand nehmen welche lasa und drakes jeweils sind man kann sich damit also das fehlende puzzleteil auf die hand holen dann haben wir minwoo in diesem fall bisher nur einmal wie gesagt lasa wird zu minwoo ähm und ja selbst da bin ich noch am überlegen wie gesagt auch andere sachen mit reinzuwerfen dann haben wir waka ihn könnte ich zum beispiel noch einmal mehr gebrauchen wasserstürmer bekommen tausend mehr das heißt cain äh Cecil bekommt vor allem tausend mehr ansonsten habe ich gar nicht mal so viele wasserstürmer das heißt eigentlich ja lasa noch aber selbst da hm weiß ich noch nicht ob sich waka wirklich lohnt manchmal ist er ganz cool manchmal halt nicht so hilfreich aber gut wo man aber wasser findet bei mir findet man drei yunas ich glaube über sie habe ich inzwischen mehr als genug gesagt man kann die vitane kostenlos spielen etc auch hier eine kosmos was einfach darin liegt man hat viele karten die ein ein element kosten zum beispiel laser ein wasser um tausend zu stärken ähm dragoon einen blitz um seinen effekt zu aktivieren richard einen blitz um seinen zu aktivieren und deswegen habe ich gerne ähm kosmos mit drin weil dann kann man einfach sagen okay das fehlende element wenn ich jetzt gerade wasser brauche habe ich wasser wenn ich gerade blitz brauche habe ich blitz bei solchen doppel elementen ist das eigentlich immer ziemlich cool oder eben auch bei den ganzen dreier unterstützern wie lulu wie minwoo wie waka ähm auch da kann man eben das fehlende element letzten endes nutzen oder auch rosa etc man kann halt eine blitzkarte abwerfen und sich sagen okay ich äh dulle halt noch meine kosmos und schon kann ich rosa spielen dann weiterhin mit den drei kosten zyklop auch da ist natürlich kosmos wieder praktisch man wirft eine wasserkarte und dullt äh kosmos und schon kann man zyklop spielen zyklop habe ich schon öfter erwähnt eine der besten blitzkarten überhaupt ähm sägt die stärke aller gegnerischen stürmer um 3000 und schon sind nämlich die etwas schwächer auf der brust äh mit 7000 oder 7000 und auf einmal sind die nämlich sehr sehr stark dabei dann haben wir noch äh dreimal levertan auch sehr selbsterklärend und das war's dann auch schon eigentlich wie gesagt es gibt einige sachen die ich ändern möchte oder ändern würde und wahrscheinlich auch noch ändern werde viele Unterstützer die auf dem Feld bleiben und die nicht wegkommen 3 rosas ähm 3 schwarz magier 2 grames 2 minvu waka 2 lulu 3 yuna kosmo kosmos ähm ja ich werde vielleicht eine yuna rausschmeißen denn der einzige der davon profitiert ist levertan werde vielleicht eine schwarz magier rausschmeißen und werde wahrscheinlich die rosas rausschmeißen und dafür dann dementsprechend andere Sachen mit reinwerfen Optionen dafür sind einmal mehr Mime weil Mime ist einfach eine sehr sehr gute Karte ähm vor allem in Kombination mit Zyklop zum Beispiel ähm minvu habe ich jetzt schon zweimal das heißt der schon mal nicht man könnte aber zum Beispiel Odin natürlich noch spielen man könnte noch den anderen Cain mit reinwerfen man kann immer noch Platz für den zweiten Sessel suchen wenn ich dann irgendwann meinen habe also an diesem Deck können wir auch noch viel ändern ähm aber mal abgesehen davon was ich hier jetzt schon erwähnt habe könnt ihr mir wieder gerne sagen ähm was ihr noch so anders machen würdet welche Karten habe ich denn zum Beispiel übersehen was wäre vielleicht noch ganz praktisch in diesem Deck ich könnte zum Beispiel auch die große Lulu noch spielen um zu sagen okay dann kann ich meine Schwarzmagie auch wieder zerstören allerdings bin ich persönlich nicht der Fan davon zumal sie einfach zu viel kostet in meinen Augen und dann anzufangen meine eigenen Unterstützer zu brechen nur damit ich wieder Platz frei habe ach weiß nicht keine Ahnung ich habe mal probiert ein Lulu Deck zu machen um die große Fünfer Lulu aber es hat nicht so wirklich hingehauen deswegen lieber lieber nicht Waka wie gesagt ist auch noch so ein Wackelkandidat bei mir wenn ich ein paar mehr Wasserstürme habe ist er vielleicht eh noch hilfreicher aber momentan hm na gut lasst es mich wie gesagt gerne wissen ich bin offen für Vorschläge ich habe ja schon einige Vorschläge selber gemacht die man wahrscheinlich machen kann um das Deck zu verbessern und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn es dann tatsächlich endlich mal losgeht und wir diese Decks ausprobieren werden denn ab dem nächsten Part ja denn nach diesen 10 Videos tatsächlich für alle Decks die ich habe haben wir jetzt die Decks durch und wir wollen doch mal zeigen was die tatsächlich drauf haben und nicht nur so theoretisch über Kombos reden sondern auch mal diese Kombos in Aktion erleben also wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann